Es muss Schluss sein mit allem. Versprich es mir. Ich versprich dir, wenn die Pässe da sind, ich werde der deutscheste Deutsche. Es wird neben deinem Vater geworden bisher. Es ist so ein richtiger Lappen geworden. Ein richtig mieser. Das Haus habe ich schon länger im Auge. Für 5 Millionen kaufen, dann vermieten. Ich bin ein sauberes Leben, kein Stress. Deine Familie macht Menschen kaputt. Mit Drogen und Erpressung. Hey, kapiss das, Mann. Das ist unsere Ecke. Die Hasenhalde und der Gönnitzer Park gehört uns. In Berlin? Hier sind wir netzarabisch. Hab ich deinen Zeug, he? Mein Mann wurde von meinen Augen festgenommen. Die Polizei hat meine Wohnung zerstört. Das ist dein scheiß Problem. Wir haben bis jetzt immer gute Geschäfte gemacht. Es gab nie Probleme. Ja, das stimmt. Es gab nie Probleme. Jetzt gibt es welche. Pranilla, nimm Shirin. Geh ins Schlafzimmer, setz dich auf dein Bett und lass die Tür auf. Volk! In der Tür! Du hast mir versprochen, dass es Schluss ist mit allem. Und jetzt fängt alles wieder an. Egal, was du machst. Du fragst mich. Du vertraust ihm nicht? Dann überprüf ihn. Wer bist du? Hier hinter geht dich. Wusstest du das? Was denkst du jetzt über deinen lieben Bruder? Ihr seid angezählt, Ali. Und das hier ist erst der Anfang. Bleib in deinem Scheiß-Wedding. Mach deine Crystal-Scheiße. Aber leg dich nicht mit uns an. Du bist wieder mit uns an. Zollbald. Untertitelung des ZDF, 2020